Du hast Probleme, den Tag effizient zu beenden, um dann den nächsten Tag produktiv zu starten? Dann solltest du unbedingt diese Folge hier heute anhören. Let's go! Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Denn heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch aufgenommen, denn ihr hattet gesagt, hey, was mir fehlt oder was mir total schwerfällt, ist unter anderem produktiver zu sein. Und woran liegt das häufig? Dass ich kein Ende finde in den Aufgaben, ohne dann aber am nächsten Tag auch wieder gut anfangen zu können. Das heißt, so ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung, das war so ein Thema von euch, was ihr mir mitgestellt habt. Deswegen erstmal vielen Dank für das Einsenden eurer Wünsche, eurer Fragen, eurer Anregungen. Macht da gerne so weiter, ja? Also nutzt diese Möglichkeiten, die es ja hier heutzutage in Social Media gibt. Schreibt mich an bei Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Schreibt es in die Kommentare rein, schreibt auch gerne Rezensionen. Schreibt mich an, überall da, wo ihr mich findet. Und gebt mir gerne Rückmeldung. Was ist euch wichtig? Welche Themen wollt ihr noch gerne behandelt haben? Wo habt ihr Probleme? Wo seht ihr Herausforderungen? Was hilft euch weiter, den nächsten Step in eurem Leben zu machen? Sagt mir da einfach gerne Bescheid. Und dann gucken wir, dass wir das in der nächsten Podcast-Folge wieder für euch mit verarbeiten. Ja, dementsprechend heute, lieben Dank für diese Einsendung, das Thema Produktivität verbessern. Wenn es darum geht, auch irgendwie ein Ende zu finden und dann auch irgendwie wieder produktiv anzufangen. Und darum kümmern wir uns heute. Dafür habe ich euch insgesamt sieben Punkte mitgebracht, die ihr dafür direkt umsetzen könnt. Und es ist so wie immer. Ihr müsst auf nichts warten. Ihr könnt direkt für euch nach dieser Folge loslegen. Also, lasst uns mal gucken, was wir heute dabei haben. Viel Spaß nach dem Intro. Ja, liebe Leute, so ist es. Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe von den sieben, ist Aufräumen. Es ist ein riesen Struggle. Und wenn ich mal so überlege, wie das bei mir damals zum Beispiel auch während der Schul- und Uni-Zeit auf dem Schreibtisch aussah, das ist eine Katastrophe gewesen. Da lag alles rum. Schulbücher, Papiere, Stifte, Hüllen, Klarsichtfolien, Bücher. Alles durcheinander. Papiere, Notizen, Kabel. Ja, das war alles drüber und drüber. Und ist ja klar, dass auch die Hemmnis, dann auch mit den Hausaufgaben oder mit dem Lernen anzufangen, natürlich ein deutlich höheres ist, wenn du erstmal aufräumen musst. Oder du vielleicht dich auch gar nicht so gut konzentrieren kannst, weil du einfach das nächste Buch oben drauf legst. Naja, ist ja irgendwie offensichtlich, dass das nicht so produktiv sein kann. Und dennoch passiert es andauernd. Ich meine, ich kenne es auch, man ist irgendwie unter zeitlichen Stress, man läuft irgendwie schnell an den Arbeitsplatz oder an den Schreibtisch, schmeißt da die Sachen rauf, sagt, das mache ich später oder kriege noch irgendwie, bei mir ist es zum Beispiel auch so, irgendwie Post, wo ich schon weiß, was da drin ist, aber ich habe jetzt keine Zeit dafür, das irgendwie auszupacken. Gehe ich rein, gehe auf den Schreibtisch, packe ich das in die Mitte vom Schreibtisch und laufe wieder los. Und das mache ich dann vielleicht die Woche aber zwei, drei Mal. So, und das dann vielleicht noch mit irgendwelchen Büchern oder sowas oder Taschen, die ich noch irgendwie habe und packe die da rauf, meine Güte. Und dann habe ich so schnell, ehe man sich versieht, einen Riesenstapel auf den Schreibtisch und es ist alles total unordentlich. Und was passiert häufig, und das sollte natürlich auch keine Ausrede sein, Ja, ich kann ja noch nicht lernen, weil ich muss ja erst mal aufräumen. Das ist damit nicht gemeint, ja. Ich meine jetzt nicht so diesen Alibi-Staubsauger, ja, oder Haushaltsreinigung, ja. Ja, ich müsste noch mal Wäsche waschen, na, ich muss erst die Wäsche aufhängen, erst dann kann ich lernen. Nein, nein, das ist damit nicht gemeint, sondern ich meine, bereitet eure Arbeitsfläche, nenne ich sie jetzt einfach mal in dem Fall, bereitet die auf, bereitet die vor, räumt den Schreibtisch auf, legt, wenn ihr jetzt in der Schule seid, legt die Schulbücher und Hefte ordentlich beiseite, stellt sicher, dass keine unnötigen Sachen irgendwie noch auf dem Schreibtisch drum liegen, bist du der Student, ja, dann kannst du auch nicht nur den Schreibtisch, sondern vielleicht auch deinen Laptop schon mal irgendwie vorbereiten, indem du sagst, ja, okay, ich schließe schon mal alle unnötigen Tabs, die ich sowieso noch irgendwie aufhabe. Denkt an die Vorlesung morgen, welche Sachen braucht ihr da mit in der Uni, gegebenenfalls bereitet ihr die Hefte, Mappen, Flyer oder Bücher vor. Wenn ihr Azubi seid, gilt das natürlich genauso. Hey, wenn ihr zum Beispiel im Handwerk arbeitet, sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel Tischler, ja, säubert dann doch bitte euren Arbeitsplatz schon am Vorabend, oder, ja, legt die Werkzeuge zur Seite oder packt die Dokumente ordentlich weg, die Ordner, wenn ihr jetzt im Büro seid, ja, oder schließt auch alle unnötigen Programme auf dem Laptop oder auf dem Computer. Eigentlich total easy, dennoch mit das Wirksamste, was ich jemals gehört habe. Also, Arbeitsplatz aufräumen. Punkt 2. Punkt 2, äh, Erfolge überprüfen. Was meine ich damit? Schaut mal, was ihr den Tag alles eigentlich erledigt habt. Und häufig werdet ihr merken, das war ganz schön viel mehr, als ich gedacht habe. Was passiert denn nämlich häufig, wenn du unter Stress stehst und dann am Abend, ja, da weißt du eigentlich gar nicht mehr, was hast du eigentlich alles erledigt. Und das ist eigentlich immer so der Moment, wo du mal kurz innehalten kannst und dann mal aufschreibst, nach und nach, was hast du eigentlich heute alles erledigt. Weil häufig ist es nämlich dann so, ich fühle mich total unproduktiv, wenn ich viel unter Stress gemacht habe, weil ich dann häufig gar nicht mehr weiß, was waren denn die einzelnen Steps, für die ich heute gesorgt habe. Und das kann natürlich dabei helfen, dass du auch gut abschalten kannst. Deswegen ist dieser Punkt nämlich so wichtig, dass du weißt, okay, das und das habe ich heute erledigt, das und das. Oh, Mensch, war ja doch gar nicht so wenig, wie ich jetzt gedacht habe. Und uff, das auch. Erstens bist du dann stolz auf dich, weil du merkst nämlich, du warst doch sehr produktiv heute. Und zweitens freust du dich auch über den Fortschritt, dass du genau weißt, okay, guck mal, bis dahin bin ich gekommen, das habe ich alles geschafft, da kann ich mich am nächsten Tag wieder ansetzen. Was brauche ich dafür? Ach, das und das. Ja, super, auch gleich vorbereitet. Du weißt ganz genau, was du dir morgen wieder hinlegen kannst. Optimal. Klar, als Schüler kannst du das zum Beispiel mit Hausaufgaben machen. Als Studenten kannst du das als deine Aufgabenliste im Lehrplan etc. Kannst du das machen. Das ist völlig, völlig banal. Oder deine Lernabfolge des Tages oder sowas. Weil wenn du jetzt gerade viel Stoff zum Lernen hattest, da hast du ja jetzt keine To-Dos, aber du kannst gucken, was hast du heute eigentlich alles schon neu vorbereitet, was du hast da erarbeitet. Das gehört da natürlich genauso rein. Wenn du Azubi bist, kannst du das natürlich genauso. Welche Aufgaben, Projekte im Betrieb hast du heute übernommen? Welche Aufgaben hast du abgeschlossen? Notiert euch die Erfolge direkt ins Arbeitsheft. Quatsch, Arbeitsheft. Ins Ausbildungsheft. Das gibt es ja immer noch. Genau, und bei mir war es immer so, ich habe das dann in blöckeweise gemacht. Mehrere Wochen musste ich dann nochmal nachtragen. War eigentlich nicht so ganz sinnvoll, sondern ich glaube optimaler wäre es einfach, kurz einmal hinzuschreiben, okay, was sind die Erfolge des Tages oder Erfolge der Woche. Dann ebenfalls auch, schreibt man die da rein. Gut, Punkt Nummer 3. Aufgeschobene Aufgaben angehen. Ich finde diesen Punkt so ultimativ wichtig, denn nichts stört mehr und stresst auch mehr im Kopf als Aufgaben, die ich schon seit Ewigkeiten immer von mir her schiebe. Es ist eigentlich so der Stressfaktor. Ja, also wie geht der am besten da vor? Nimmt diese Aufgabe, weil häufig sind es ja auch große Aufgaben, die uns irgendwie viel zu groß erscheinen, die wir einfach vor uns her schieben, weil wir einfach keinen Bock haben und uns vorstellen, dass wir keine Zeit haben, diese Mammutaufgabe anzugehen. Deswegen teilt euch zum Beispiel lange große Hausaufgaben. Teilt euch die auf in kleinere, machbare Abschnitte, die klar definiert sind. Ja, zum Beispiel, wenn du vorher hast, weiß nicht, Buch XY lesen und du denkst, oh boah, 300 Seiten, dann nimm dir lieber erstmal Kapitel vor, die einzelnen Kapitel und dann schreibt vielleicht auch hin, falls die Kapitel auch 1 bis 100 ein Kapitel ist oder sowas, schreibt dir hin, ersten Teil des Kapitels, Seite 1 bis 11, lesen und aufschreiben, Notizen dazu machen etc., dann sind dir diese Aufgaben machbar. Also du siehst einen Horizont. Also du merkst immer, wenn dir Aufgaben zu groß sind, dass du gar nicht weißt, wo die aufhören und dass die ziemlich weit weg erscheinen. So als würdest du an den Horizont gucken und das Ende der Aufgabe ist eigentlich noch dahinter. Also mach dir es irgendwie greifbar, mach dir es irgendwie nahbar, so dass der Horizont bzw. die Aufgabe vor dem Horizont liegt und du ganz genau weißt, ah komm, bis dahin muss ich und dann bin ich da und dann kann ich weiter. So das ist die erste Station. So, habe ich geschafft. Genau, das ist total cool. Also es gilt natürlich nicht nur für Hausaufgaben, es gilt auch für Hausarbeiten, für Lehrpläne. Genau, guckt euch das da auf jeden Fall an. Auch wenn ihr zum Beispiel große Recherchen zum Beispiel macht, guckt hier, ich mache Buch A, Buch B, da gucke ich rein. Internet, welche Recherche kann ich noch übernehmen, welche Gliederungen schreibe ich mir vielleicht auch schon mal, ne, also kleine Einteilungen machen, das geht natürlich genauso. Ja, und genau, also zerkleinert euch die Aufgaben, ne, also auch bei der Ausbildung, wenn ihr das da mit habt, ja, stellt euch einen Bericht oder sowas, teilt die Dinge in kleinere Schritte auf, Daten sammeln, Entwurf schreiben, überarbeiten, so dass ihr so Schritt für Schritt die Aufgabe eingeteilt habt, so dass ihr eins nach dem anderen abhaken könnt und am Ende ist es ja trotzdem die ganze Aufgabe, die abgehakt ist, aber ihr habt zumindest irgendwie einen Überblick. Viertens, To-Do-Liste für den nächsten Morgen schreiben. Ich weiß, To-Do-Listen ist nicht jeder Fan von, mir hilft es auf jeden Fall, irgendwie meinen Kopf einmal zu leeren, ohne dass irgendwas verloren geht und ich am nächsten Tag diese Sachen, die ich aus dem Kopf entleert habe, mir angucken kann und ganz genau weiß, wo muss ich weitermachen. Am besten habe ich nämlich dann vom Vorabend nicht nur das aufgeschrieben, sondern auch eine To-Do-Liste daraus gemacht, mit was muss ich starten, was hat oberste Priorität, mit dem fange ich an und dann die To-Do-Listen, also die To-Do-Listen auf der Liste dann so priorisiert, dass ich direkt anfangen kann, ohne mir noch groß über Gedanken darüber irgendwie zu machen. Seine Präsentationen, Vorbereitungen, Hausaufgaben, seines Lernziele, Studientage, Vorlesungen, zu lesende Kapitel, das gilt für alles. Praktische Arbeiten, theoretische, Lerneinheiten, das ist völlig egal, das gilt für alles. Also du kannst alles so einteilen und die To-Do-S so aufschreiben, dass du am nächsten Morgen, ohne groß noch zu überlegen, auf dieses Blatt, auf diesen Zettel guckst und ganz genau weißt, so geht es weiter, ohne jetzt noch irgendwie großartig Zeit zu verlieren am Morgen, nur weil es früh ist oder so, oder wie war das noch, was habe ich gestern alles noch gehabt, noch mal überlegen, woran musste ich mich noch erinnern, was durfte ich nicht vergessen, so das ist, passiert dir dann nicht, sondern du hast gleich den Zettel da liegen und weißt gleich, wo muss ich weiter beginnen, wo geht es weiter. Check. Also Nummer 5. Ja, geht so ein bisschen Nummer 3 und 4 rein, aber es heißt immer so schön Eat the Frog First. Was bedeutet das? Also sagt man das im Englischen, den Frosch als erstes essen, das heißt die Mammutaufgabe als erstes irgendwie mit angehen. Schwierige Aufgaben zuerst erledigen, denn dann kann es nämlich am Tag nur noch leichter werden, danach, und du hast die größte Aufgabe schon gleich am Anfang erledigt, das heißt erstens schiebst du die auch nicht mehr weiter vor dir hin und zweitens ist das Krasseste schon erledigt und ja, die Aufgaben werden easier, es wird einfacher den Tag. Auch das, egal ob das jetzt Hausaufgaben, irgendwelche Lernaufgaben, Scheißfächer sind, die euch überhaupt keinen Bock machen, wo irgendwie eine große Kettenaufgabe oder sowas ist in der Schule, ob das komplizierte Statistikübungen sind oder irgendwelche, vielleicht auch Prüfungsvorbereitungen, das ist auch immer so etwas, was ich persönlich immer sehr gerne vor mir hergeschoben habe, oder wenn ihr zum Beispiel eine Ausbildung seid und eine komplexere, kompliziertere Aufgabe vor euch habt, egal ob das jetzt irgendwie eine handwerkliche Reparatur oder sowas ist oder eine Kundenpräsentation oder sowas, dann geht die als erstes an. Abgesehen natürlich von der Priorität, die ich eben gerade in Punkt 3 und 4 schon mal irgendwie mit angedeutet habe. Genau, das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp, immer die schwerste Aufgabe als erstes zu machen, danach wird der Tag, kann nur noch einfacher werden. Punkt Nummer 6, Punkt Nummer 6 ist ein Punkt, der mir immer sehr schwer gefallen ist, aber wenn ich den wirklich beherzige, habe ich einen klareren Abschnitt, nämlich festen Feierabend einhalten. Wie wäre es denn eigentlich mal, wenn ihr richtig zu der Zeit, die ihr euch vorgenommen habt, den Laptop zuklappt, das Buch zur Seite legt, das Heft zuklappt, die Sachen in den Rucksack packt, egal, wo ihr was entpackt, aber ja, nehmt euch eine festgelegte Zeit vor, damit ihr dann nämlich anschließend wirklich einen Cut machen könnt und dann wirklich Zeit für Freunde, Familie, Freizeit, irgendwelche Aktivitäten, Hobbys habt, zum Sport wolltet ihr noch oder sowas, dann habt ihr auch keine Ausreden, so ja, ich wollte eigentlich nochmal schwer Sport machen, aber ich musste ja gestern noch lernen oder so, naja, teilt euch das besser ein und dann könnt ihr nämlich auch gucken, dass ihr den Tag, den Feierabend, wirklich dann pünktlich Schluss macht und dann nicht andere Sachen zu vernachlässigen. Es bringt tatsächlich auch, also nachweislich ist es ja auch so, dass ihr nicht produktiver seid, nur weil ihr länger dann irgendwie arbeitet, so gegen den Kopf, so der Kopf ist schon irgendwie, explodiert, so braucht schon und ihr macht dann trotzdem noch weiter, damit es noch beendet. Ne, das bringt es tatsächlich nicht, sondern dann habt ihr ja irgendwie, das, was ihr am nächsten Tag irgendwie in einer Stunde schaffen würdet, habt ihr ja dann irgendwie am Abend, in dem Fall, jetzt in meinem Beispiel, in drei Stunden erledigt oder sowas und dafür wartet ihr aber nicht beim Sport oder beim Fußball oder beim anderen Hobby oder bei der Band oder was auch immer, was ihr so in der Freizeit macht. und das wäre total ärgerlich, nämlich einmal für eure Gesundheit und zweitens auch irgendwie für, ja, die tolle Zeit, die ihr hättet haben können, so und wo ihr, ja, die in euren geräuchernden Kopf gesteckt habt. Ja. Genau. Punkt Nummer sieben. Positiv den Arbeitstag oder den, ja, den Tag beenden. Was bedeutet das eigentlich? Total easy. Reflektiert. Es macht aber keiner. Es macht kaum einer. Wisst mir das nicht immer irgendjemand, ich war da schon Ende 20 oder so, wo mir das das erste Mal jemand gesagt hat und eigentlich ist es so ein geiler Hack. Reflektiert doch einfach nochmal am Ende des Tages eure erledigten Aufgaben. Belohnt euch mit einer kurzen Session eurer Lieblingsbeschäftigung. Schließt den Tag ab, in dem ihr euch für die erreichten Ziele lobt. Was habt ihr eigentlich alles Geiles heute geschafft? Gönnt euch was Gutes, worauf ihr richtig Bock habt oder erkennt einfach eure geile, gute, geleistete Arbeit. Erkennt euch einfach, anerkennt, erkennt ihr einfach an, so rum und ja, feiert das mal ein bisschen. Also feiert mal eure Erfolge. Also ich meine, das meine ich eigentlich damit. So feiert das, was ihr an dem Tag eigentlich alles erreicht hattet. Das spielt vielleicht auch so ein bisschen mit in Nummer 2, Erfolge prüfen, weil, klar, du musst das irgendwie irgendwann rausschreiben, aber du kannst auch dann am Ende des Tages sagen, geil, guck mal, was ich alles gereicht habe und da kann ich richtig stolz auf mich sein. Also du kannst dir auch mal auf die Schulter klopfen. So, es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Das ist immer so in der heutigen Gesellschaft, dass wir das Gefühl haben, so muss das unbedingt ablaufen. So ist es allerdings nicht, sondern du kannst auch mal kurz innehalten, dir auf die Schulter klopfen, deine To-Dos aufschreiben für den nächsten Tag, dann zum Sport gehen oder zu einem Hobby oder irgendwas, was dir richtig viel Spaß macht, mit dem nachgehen und am nächsten Tag wieder konzentriert starten und das ist fair enough, das ist doch cool. Also es geht. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Erstens, ja, Arbeitsplatz aufräumen, alles absichern. Zweitens, Tageserfolge überprüfen. Drittens, To-Do-Liste für den nächsten Morgen aufschreiben. Ja, schwierige Aufgaben zuerst erledigen, den festen Feierabend einhalten und auch den Arbeitstag, ich nenne mich jetzt einfach mal, egal ob ihr Schüler, Student oder Azubi seid, den auch positiv beenden. Geil, ne? Wenn man das mal so hinkriegt. Ich meine, dann ist ja schon viel, viel damit dabei. Also selbst, wenn ihr Sachen nicht geschafft habt, übrigens beim letzten, Also dann dürft ihr euch auch selbst vergeben und sagen, hey, ich habe mein Bestes getan, ist okay. So, ich habe vielleicht nicht mein Tagesziel erreicht, aber ich weiß ganz genau, wo ich am nächsten Tag weitermachen muss und ich kann mir auch nochmal vor Augen führen, was ich heute eigentlich alles geschafft habe. Geile Sache. So. Deswegen, seid ihr nicht zu hart zu euch selbst und nehmt die Motivation mit daraus, feiert das, was ihr alles erreicht habt und dann geht es am nächsten Tag weiter. So. In den meisten Fällen reißt euch dafür auch keiner den Kopf ab. Sehr gut. Und wenn ihr diese sieben Punkte beherzt, dann habt ihr nicht nur effizient den Arbeitstag beendet, ihr habt auch noch Freizeit am besten, ihr habt auch noch einen klaren Plan, wie es am nächsten Tag weitergehen kann und seid dann produktiv direkt von Minute 1 an am nächsten Tag. Und das Ganze, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hilft euch weiter, bringt euch dazu, richtig Feierabend zu machen, abzuschalten und am nächsten Tag wieder richtig durchstarten zu können, ohne in der Produktivität irgendwie abzunehmen, sondern ganz im Gegenteil, sehr effizient zu bleiben. Wenn euch das gefallen hat, natürlich, überlegt mal, wem diese Folge noch so gefallen könnte, wer unbedingt auch diese Tipps braucht aus eurem Umfeld, aus eurer Klasse, aus eurem Lehrgang, aus eurem Studium oder aus eurer Berufsschule, dann teilt doch gerne diese Folge mit dieser Person, damit die auch in Zukunft von diesem coolen Format profitieren kann und gebt diesem Format auch gerne eine Rezension bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr mit zuhört oder vielleicht auch zuschaut bei YouTube, dann sagt gerne Bescheid und falls ihr auch noch, so wie jetzt in diesem Fall, Themen habt, die ihr unbedingt mal besprochen haben wollt, wo ihr vielleicht noch Tipps haben wollt, für das Leben, für die Berufsorientierung, für den Karrierestart, für euer Mindset, für die Persönlichkeitsentwicklung, hey, dann sagt einfach gerne Bescheid und wenn ich das selber nicht weiß, dann hole ich mir einen Experten dazu, auch kein Ding, achso, übrigens, wenn ihr auch einen Experten oder eine bestimmte Persönlichkeit haben wollt, machen wir das auch, ich mache das alles möglich, dafür folgt mir am besten bei Instagram, da packe ich in die Storys auch immer gerne nochmal ab und zu Votings rein, so, wen wünscht ihr euch mal im Podcast, wer soll mal als Interviewgast hier zukommen, dann sagt gerne Bescheid und dann versuchen wir es auch möglich zu machen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr seid beim nächsten Dienstag wieder mit dabei, wenn es ab 5 Uhr heißt, Mensch Mati, Leben, Lernen und Gestalten, das ist alles für euch, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.